Heute geht es um das Thema Ausrüstung fürs Training. Nicht um ein bestimmtes Teil oder eine bestimmte Art, das gibt es ja immer nur in den Testvideos und die gibt es wie üblich immer am Freitag. Heute in Training für die Berge schauen wir uns aber das Thema Was brauche ich eigentlich wofür an und da gibt es nämlich auch große Unterschiede. Ganz konkret beziehen wir uns heute auf das Thema Trainieren im Flachland. Also wir beschäftigen uns heute weniger mit der richtigen Ausrüstung für Trainingstouren im Hochgebirge, denn da gibt es ja dann wieder eigene Rucksackbefüllungen und das ist ja wirklich sehr individuell. Deshalb geht es wirklich nur um Training für die Berge und nicht Training in den Bergen. Gleich vorweg, zuerst erkläre ich euch ein bisschen was zu den einzelnen Dingen, die man brauchen kann. Am Schluss gibt es dann für jeden Trainingsanspruch ein eigenes kleines Set und ein paar Ideen für euch, was ich für welche Ambitionen denn so empfehlen würde. Beginnen wir beim Thema Puls. Das ist für das Training für die Berge einfach das wichtigste Tool, um sich vernünftig weiterzuentwickeln. Wir sollten die Ausdauer ja nicht irgendwie trainieren, sondern umso zielgerichteter wir sie trainieren, desto besser und schneller kommen wir voran. Um den Puls zu überprüfen, brauchen wir aber Puls-Messgeräte. Da können wir auf zwei Arten zurückgreifen, die uns bei der Messung unterstützen können. Einmal gäbe es da die Pulsuhren und auf der anderen Seite die Brustgurte. Die Pulsuhren haben natürlich einen großen Vorteil. Man kann mit ihnen noch ganz viele andere lustige Spielereien unternehmen und dementsprechend auch sinnvolles. Brustgurt-Messungen haben aber gegenüber Pulsuhren ebenfalls einen Vorteil. Sie sind um Längen akkurater und nicht nur unter normalen Umständen, sondern unter allen Umständen. Pulsuhren können, wenn sie perfekt sitzen, an einem gut geeigneten Handgelenk ohne anderweitige äußere Einflüsse relativ gut Puls messen. Die Werte stimmen auf ein, zwei Schläge hin sehr gut. Sobald man aber viel schwitzt, ein recht dickes Handgelenk hat, die Uhr etwas schlecht sitzt oder die Uhr zu locker ist, ist es mit der akkuraten Messung auch schon wieder vorbei. Das kann der Brustgurt einfach besser. Vorausgesetzt es handelt sich dabei um einen gut verarbeiteten Brustgurt, messen sie in fast jeder Situation einwandfrei und oftmals auf den Schlag genau korrekt. Je mehr Sensoren der Gurt verwendet und je korrekter er angelegt wird, desto exakter werden die Resultate. Der Nachteil am Brustgurt ist natürlich, dass er außer Pulsmessung in der Regel nichts kann und für manche beim Laufen oder Trainieren im Allgemeinen etwas störend sein kann. Das ist aber Geschmackssache und ich für meinen Teil habe nach kürzester Zeit an den Brustgurt als fixen Bestandteil der Ausrüstung mich gewöhnen können. Pulsuhren oder sogenannte Sportuhren sind insofern natürlich praktisch, als dass sie auch die Distanz berechnen, die Geschwindigkeit, die Höhenmeter, die Kalorien und vieles mehr. Außerdem kann man sie auch sehr gut zur Navigation zum Beispiel verwenden, wenn man in neuen Gebieten unterwegs ist. Ebenfalls praktisch. Was man alles bei der Sportuhr dabei haben will, hängt natürlich sehr davon ab, wofür man sie einsetzen will. Ich möchte aber jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, weil wir sind ja eigentlich wegen einer ganz anderen Sache hier. Wenn euch aber dieses Thema Puls und Sportuhren genauer interessiert, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Dann werde ich dazu ein eigenes Video machen. Die Bekleidung ist etwas, was beim Training sehr stark überschätzt wird. Ich investiere keine Masse an Geld in Kleidung. Viele andere machen das aber und das vermittelt oftmals den Eindruck, dass man nur mit teurem Gewand oder generell Spezialausrüstung durchs Leben kommt. Das ist manchmal richtig, manchmal aber nicht. Oftmals trainieren wir das Bergsteigen ja nur zu Hause mit Kraftübungen zum Beispiel oder mit Laufeinheiten, Bergläufen und ähnlichem. Da wird die Fähigkeit von Kleidung oftmals etwas übertrieben. Eine Jogginghose fürs Training oder Laufen tut es genauso wie eine Profisporthose. Die Profisporthose wird euch nicht schneller machen. Anders ist es aber beim Training bei Schlechtwetter beispielsweise. Wenn man da mit dünner Jacke laufen gehen möchte, dann kann es durchaus sein, dass billige oder schlechte Jacken so viel Kondenswasser bilden, dass es beim Training zu massiven Einschränkungen kommt und auch einfach schlichtweg nervt. Das heißt, die Basic-Bekleidung ist nicht unfassbar wichtig. Also ob das jetzt eine 50-Euro-Hose oder eine 500-Euro-High-End-Hose ist, ist egal. Bei den T-Shirts, ja da kann es durchaus sein, dass qualitativ hochwertige Sportschirts das Training angenehmer und komfortabler gestalten als klassische Baumwoll-Shirts. Und gerade bei speziellerer Bekleidung ist es dann tatsächlich wichtig. Aber gut, dass man, wenn es regnet, eine Jacke beim Training anzieht, zumindest wenn es kalt ist. Ich würde sagen, da wären wir jetzt auch noch alle selber drauf gekommen. Aber ein paar Sachen sollte man bei der Bekleidung vielleicht schon noch ergänzen. Da wäre zum Beispiel einmal noch Mützen und Kappen. Im Winter sind dünne Hauben aus Merino sehr praktisch. Jetzt im Frühling Stirnbänder, um den Kopf etwas abzukühlen beim Schwitzen. Und im Sommer dann entweder kopflose Kappen oder Kappen mit Netz. Das geht auch ganz gut. Sonne ist beim Sommertraining definitiv ein wichtiger, nicht zu unterschätzender Faktor. Genau deshalb sollte eben auch eine Sonnencreme nicht fehlen. Und auch eine Sonnenbrille ist bei längeren Zone-1-Trainings-Einheiten eine Erleichterung für die Augen, gerade wenn mal keine Bäume herumstehen. Das gilt übrigens auch für den Kraftsport, den man ja genauso gut nach draußen verlegen kann auf Spielplätzen oder Calisthenics-Plätzen. Thema Essen und Trinken ist natürlich ein großes wichtiges Thema, was aber auch immer etwas individuell beurteilt werden muss. Manche brauchen bei 30 Minuten Training schon was zu trinken, andere erst nach 2 Stunden. Das hängt auch nicht unbedingt mit der eigenen Fitness zusammen, sondern kann viele verschiedene Gründe haben. Beim Essen, falls ihr was braucht, auf jeden Fall zu Kohlehydratriegel oder Powergels greifen, wenn die Einheit noch länger dauert. Damit füllt ihr euer Defizit wieder ein bisschen auf und gleicht den Kalorienverlust und Energieverlust wieder etwas aus. So kann man manche fast verlorene Session noch ganz gut zu Ende bringen. Aber irgendwo müssen Essen und Trinken ja auch hin. Deshalb kommen wir jetzt noch zum Thema Rucksack. Egal ob langer Zone-1-Lauf oder vielleicht auch etwas kürzere Bergeinheiten, Laufrucksäcke oder Westen sind eine praktische Möglichkeit, um das Wichtigste unterbringen zu können. Dabei kann man entweder auf Laufrucksäcke im Bereich 5-8 Liter zurückgreifen. Die haben meist eine Möglichkeit zur Befestigung einer Trinkblase und ein kleines Fach für Erste-Hilfe-Paket und dünne Windjacke. Westen hingegen sind etwas bequemer, was den Tragekomfort betrifft. Sie, zumindest manche so, kann man auch anders sehen. Die haben meist Trinkflaschenbefestigung an den Schulterträgern, sodass man jederzeit auf die Flasche zugreifen kann. Manche Rucksäcke haben dann wie hier zum Beispiel Befestigungen für Müsli-Riegel, was auch ganz nett ist. Alles in allem sollte man sich Laufrucksäcke und Westen auf jeden Fall überlegen, wenn man plant, weitere Distanzen, auch abseits der Straßen und Städte zu trainieren und auf Trails unterwegs zu sein, um eben die notwendige Ausrüstung dabei zu haben. Sie unterstützen das Training ab einem gewissen Punkt nämlich tatsächlich spürbar. Schuhwerk Natürlich ist das Schuhwerk das A und O, zumindest wenn es um das Lauf- und Gehtraining geht. Hier geht es vor allem um das richtige Schuhwerk. Richtig in zweierlei Hinsicht. Einerseits geht es dabei natürlich darum, dass euch der Schuh passt und bequem ist, ihr keine Blasen kriegt und er euren Bedürfnissen entspricht. Andererseits geht es aber gerade beim Training vor allem darum, dass das korrekte Schuhwerk für den entsprechenden Untergrund am Fuß ist. Denn Fakt ist, die Trainingsstunden überwiegen bei der sportlichen Gesamtzeit und deshalb sollte gerade die Trainingsausrüstung und damit auch der Schuh entsprechend der richtige sein. Wer viel auf Asphalt läuft und der Straße, sollte nicht mit Five-Finger-Schuhen oder kaum gedämpften Trail-Running-Schuhen mit Stollen unterwegs sein, sondern in vernünftige Laufschuhe investieren. Wer im Wald, auf Wiesen und im leichten Gebirge auf Trails unterwegs ist, sollte mit einem vernünftigen Profil und einem dementsprechenden Trail-Running-Schuh ausgestattet sein. Und wer seine Trainingstouren in der Eiger-Nordwand macht, sollte eben auch entsprechend ausgestattet sein. Denn falsche Schuhe für das Training können gesundheitlich so weitreichende Probleme verursachen, dass die geträumten und geplanten Projekte dann am Ende aufgrund von Erschöpfung, Verletzung oder anderweitigen Problemen sich letztlich in Luft auflösen. Und das ist natürlich eine Horrorvorstellung. Was das richtige Schuhwerk für euer Training ist, hängt ganz davon ab, was ihr hauptsächlich trainiert. Wenn ihr komplett durchmischt in eurem Training, was ich übrigens für das Bergstehen empfehlen kann, dann ist es leider oftmals die gesündeste Option, sich für jede Art des Trainings das richtige Schuhwerk zuzulegen. Für das Krafttraining kann es sich natürlich immer lohnen, in entsprechende Ausrüstung zu investieren. Ich persönlich bin da aber in den letzten Jahren immer mehr zum Training mit dem eigenen Körpergewicht umgeschwenkt. Ich nutze mittlerweile nur noch ein Fingerboard für das Klettern und sonst brauche ich eigentlich gar nichts mehr. Außer vielleicht Ringe, aber die werde ich mir bald mal besorgen. Stöcke sind ein Thema für Trailrunner und Nordic Walker. Wer also mit Laufen noch nicht gut zurechtkommt, kann gerne einen Zwischenschritt zwischen Spazieren und Laufen einlegen, das Nordic Walking. Da sind Stöcke absolut essentiell und sollten auch passend gekauft werden. Für Trailrunner können Stöcke in extremen Steilpassagen, wo Laufen einfach keine Option mehr ist, überlegt werden. Doch jetzt noch kurz, was ich jedem bergsportbegeisterten Menschen, der in das bergsportspezifische Training einsteigen will, an Ausrüstung empfehlen kann, um nicht jetzt viele Dinge zu kaufen, die vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch überhaupt nicht notwendig sind. Die Einsteiger unter euch, die noch keine Lauf- oder Trail-Erfahrung bisher gemacht haben, die können sich eine günstige Einsteigeruhr für um die 100 Euro zulegen. Da gibt es schon viele brauchbare Modelle, die euch gleichzeitig die Distanz auch anzeigen können. Wer wirklich nur den Puls wissen will, kommt auch schon mit 50 Euro recht weit. Bezüglich der Schuhe sollte man sich eben an den Anspruch anpassen. Da wir aber alle ja für die Berge trainieren, werden die Einheiten in der Regel etwas weiter und länger und vielleicht auch mal etwas dreckiger. Insofern sollten normale Laufschuhe oder je nachdem auch Trailrunning-Schuhe schon ganz gut sein. Rucksack, Westen und Co. sind für dich noch nicht das große Thema. Die Einheiten am Anfang sollten noch definitiv ohne zusätzliche Dinge zu meistern sein. Bei der Bekleidung solltest du dich auf den eigenen Kleiderkasten verlassen. Sportliches Gewand vom Wandern wirst du da drin sicher finden, das kann vorläufig auf jeden Fall herhalten. Für die Fortgeschrittenen unter euch, die das Training für wirklich ambitionierte Ideen und Projekte in den Alpen oder sonst wo nutzen wollen, sollte die Pulsuhr definitiv schon zu einer Uhr mit vollem Funktionsumfang, zumindest mit Distanzmessung, Zeitmessung und Höhenunterschied ausgebaut werden. Alles darunter ist dann etwas zu diffus, um damit in der Trainingssteigerung gut arbeiten zu können. Außerdem kann man den Zusatz einer Pulsmessung über einen Brustgurt überlegen. Die Vorteile sind definitiv gegeben und der Einstiegspreis von 60 Euro für gescheite Brustgurte ist relativ in Ordnung, wenn man schon eine Uhr hat. Als absolut notwendig würde ich ihn aber trotzdem immer noch nicht empfinden. Wer sich an erster längere Distanzen, aber vor allem an längere Trainingseinheiten im Bereich von über 2-3 Stunden hinwagen will, kann sich auch einen Rucksack oder eine Weste überlegen, bei der dann der ein oder andere Tropfen Wasser mitgenommen werden kann. Wer ins Trailgelände geht, sollte auch dementsprechende Notfallausrüstung bitte nicht vergessen. Beim Schuhwerk könnt ihr schon überlegen, auch mehrere Paar für entsprechende Einsatzzwecke zuzulegen. Gerade die längeren Distanzen auf dem Asphalt sind mit Trailrunning-Schuhen einfach eine Qual, gerade für die Knie- und Schienbeine, daher ist das definitiv eine Überlegung wert. Bei den Schuhen sollte man schon schauen, dass sie auch für die entsprechende Jahreszeit, also den richtigen Untergrund geeignet sind. Man will ja nicht mit flachem Profil im tiefen Schnee herumwarten, genauso wenig will man mit großen Stollen und Spikes auf der Forststraße aufklatschen. Auch Stöcke sind schon eine Überlegung wert, falls ihr denn wirklich viel im Gelände und vor allem im sehr steilen Gelände unterwegs seid. Da ergibt sich dann definitiv ein Nutzen für Wander- und Bergstöcke. Gerade wenn man auch mal weite Distanzen ohne Geschwindigkeit anstrebt, können die Stöcke eine nette Unterstützung für die Gelenke sein. Bei der Kleidung könnt ihr definitiv einfach auf eurem Bauch hören. Seid ihr mit eurer üblichen Sportkleidung und Wandershirts zufrieden, steht dem natürlich nichts im Wege, das so weiterzuführen. Wenn ihr euch mal manchmal gerade nach langen Einheiten unwohl fühlt, könnt ihr übrigens auch einfach in Laufkleidung investieren. Für Profis und ambitionierte Leistungsbergsteiger kann ich nur empfehlen, das Training und damit auch die Ausrüstung zu optimieren. Ich weiß, es hört sich irgendwie immer nach unnötiger Konsumgeilheit an, aber über die Zeit habe ich als Verfechter des Verzichts auch lernen müssen, dass viele Dinge einfach das Training nicht unbedingt verbessern, aber zumindest erleichtern. Das kann im Zweifelsfall aber auch wirklich der entscheidende Grund sein, warum man Trainingseinheiten mit einem guten Gefühl beendet und auch schon startet. Davon betroffen ist im Prinzip jede Gruppe an Ausrüstung, angefangen bei der Uhr, die auch in der Lage sein sollte, solide Navigation zu übernehmen, bis hin zur Tatsache, dass ein Brustgurt fast unumgänglich wird. Denn in der Oberliga des Trainings sollten wir genau wissen, wo und wie wir uns bewegen, wie die Tagesverfassung ist und wie wir dementsprechend das Training anpassen können. Eine Weste oder ein Rucksack sind für lange Einheiten ab drei Stunden aufwärts ein Muss, um die Leistung aufrechterhalten zu können. Stöcke sollten für steile Trails auch überlegt werden, wenn sie auch kein Muss sind, vor allem bei flachen Trainingseinheiten kann man sie sich definitiv sparen. Wenn schon Stöcke, dann sollten es aber eher Trailrunning Stöcke sein, die dementsprechend leicht und stabil sind. Damit kann man dann nämlich auch ordentlich Druck auf die Stöcke bringen und so die Beine entlasten. Bei der richtigen Ernährung können Powergels und isotonische Getränke ein wertvoller Ansatz sein, wenngleich wir alle wissen, dass das bei jedem sehr individuell sein kann, was gut funktioniert und was nicht. Definitiv nicht vergessen dürfen wir aber die Abteilung Schuhe. Da können wir jetzt natürlich ein riesiges Fass aufmachen, Klar ist aber, dass auf jeden Fall eigene Schuhe für lange Asphalteinheiten und eigene Schuhe für die Trails her müssen. Die langen Einheiten sind einfach kräftezehrend und auch kein Spaß für die Gelenke und Sehnen. Deshalb sollte das richtige Schuhwerk her. Bezüglich der Kleidung sollte man sich ehrlicherweise sehr gut den Bedürfnissen zugeschnittene Lauf- und Trailrunning-Bekleidung überlegen. Denn hier will man ja bestmöglich ventiliert sein und trotzdem warm gehalten werden, wenn es notwendig ist. Thermoshirts und lange Unterwäsche für Winter und Frühling, Funktionsshirts, kurze Hosen und dünne Socken im Sommer, sowie Kappen und Schweißbänder. Das bedeutet gleichzeitig relativ hohe Kosten in diesem Bereich, denn gerade ambitionierte Sportler unter euch verheizen im Jahr schon mal ein, zwei Paar Schuhe und auch Kleidung. Aber klar ist, man sollte sich selbst realistisch einschätzen. Wer nicht super viel trainiert, egal ob Trail oder Asphalt, braucht auch keine 1000 Euro für Ausrüstung ausgeben. Letztlich läuft viel eben darauf hinaus, dass man Leute, die es nicht haben müssen, Dinge verkauft, die sie nicht brauchen, um ihnen zu erklären, dass sie können, was sie nicht können. Manche Ausrüstungsgegenstände sind aber durchaus relevant. Deshalb ist es wichtig, sich selbst einzuschätzen und dann dementsprechend vorzugehen. Viele Ausrüstungsgegenstände sind nicht lebenswichtig, sondern erhöhen den Komfort. Das Schöne am Training für die Berge ist auch, dass wir wirklich mit wenig schon losstarten können und keine riesigen Summen investieren müssen, um überhaupt mal einen Schritt machen zu können. Ich sage nur, Skitouren. Wenn euch die heutige sehr technische Episode von Training für die Berge gefallen hat, abonniert doch den Kanal. Nächste Woche geht es mit einer spannenden Challenge weiter, bei der es dann irgendwie auch darum geht, ob Laufen eigentlich was bringt fürs Bergsteigen oder ob ein guter Bergsteiger ein guter Läufer ist und umgekehrt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.